Moritz wird wieder in der Situation bringen, nämlich dass Fabian Böhm hier zum Spielen kommt. Aber sie werden wirklich aufnehmen. Die Brei, ja, mit den Absätzen. Es ist gut zugeschoben vom Gattner, aber auch da ist es fraglich, ob es ein Stimmelfall ist. Er macht auch vorhin wieder gute Aktionen. Er ist auch im letzten Match, der Volsi, ein anderer Spielertyp als der Cusio. Er sucht sehr, sehr viel die Situation, auch zwischen 2 und 1. Sicher eine gute Ergänzung. Man hat das Gefühl, dass der Ansatz zu einem deutlich besser ist. Wir haben ein Poli, ein Paradeplus und trotzdem haben wir den Spielstamm auf knapp 22 Minuten. Der Volsi 1 an dem Sieg. Ich habe jetzt auf die Flugleitung durchlaufen können. Wissen Sie, dass die Flugleitung nicht flühen kann, denn die Flugleitung nicht nur in den Ferisskratt. Der Richard-Land ist mit der Flugleitung auf der Flugleitung an der Flugleitung. Der Flugleitung ist mit der Flugleitung zu einem Flugleitung. Ich habe schon ein Zeichen, dass bei der Kuputschka 18-Jährige sagt, hey, ich stand von 1912. Ich kann nur noch benaltig schiessen, oder? Vor vier Monaten hat er noch einen 4-Jährigen-Fernatzschuss, und jetzt sind wir mit Machtzwerg. Jetzt sind wir noch auf Elter so ein wenig abkleben, geschickte Verteidiger, Merktay, er geht kreuzen, er steht schon sehr defensiv. Ich meine, er hätte gar nichts für alles können machen, als dann einfach ein wenig angucken und er hätte den Finale überkommen. Bei Bern übernimmt Felix Allen die Verantwortung. Ich glaube, aus Seitenpunkten von Bern sind sich bewusst, wenn es für sie ein Gut zu haben, nach dieser Basis...